so neue runde mit kathie und diesmal ein ranket ausnahmsweise mal und kathie ist ganz so krank ja arme arme kathie einfach mal alle ein ohr so haben wir caitlin und was war das niederlehne und der udi hat auch exhaust das gefällt mir gar nicht niederlehre ist mitte caitlin und lups geht ja schon gut los lass lass das war nicht cool das war gar nicht cool was du da gemacht hast ja mein stamm war eigentlich das war richtig schlecht ist auch gekriegt ja tut mir leid dadurch haben wir wieder die ganze vorsprung wieder eingewichtet ja tut mir leid ich dachte wir kriegen ihn auch und ich mache ja auch nur scheiße alter ich bin so ein kacknob mann ich hätte so einfach haben müssen nicht was richtig schlecht ja jetzt kann ich hier weg gehen ist das scheiße mann naja sehr schön oh die niederlehre kältin oh lol ist denn der mundo das gesehen also der flash war echt richtig richtig schlecht hier geht aber auch schon dick die action alter in den games echt naja aber so hat wenigstens der jorik auch noch geld gekriegt die luchs ist echt nicht gut glaube ich also die können wir echt ein paar mal noch wegnetzen ja das geht klar ne würde ich sagen sehr schön der jorik oh sehr schön kathie bist du noch da ja also du bist ja ach so du rätst ja nicht jeder hast ja gesagt das ist ja ein bisschen krank aber ich habe doch jetzt gerät oder du hast jetzt also ich habe jetzt ein paar sekunden jetzt nichts gehört ja jetzt gerade redest du ja genau sehr gut und ich höre wieder um unsinnliche geräusche das war echt schade mit der caitlin ja ne da war auch scheiße was ich gemacht habe da ich hätte die auch kriegen müssen aber ich habe mal wieder mit q übrigens gefällt ist halt einfach nur richtig schlecht die luchs machen wir aber auf jeden fall todkartier die ist richtig richtig schlecht oh alter was war das denn ich habe mich gerade durch die gegend gebeamt aber was übelste ach man ja mal aufpassen ne gehen wir hoch zum und behalten ja dann könnte ich machen ne ich bin falsch gelaufen aber der mund ist da ziemlich kacke ey ich kann ja nicht einfach durch die minions durchlaufen und mich attacken lassen ja das war scheiße mondo echt das war echt nicht gut was du da gemacht hast vor allem warum die kennen ja das frage ich mich allerdings auch ich muss ja nicht für mich ab doch ja gleich bis der vegetar läuft alter mann mann dieser dumme scheiß die kennen man alter schwere was machen die sind da alle wow das war lag das war wohl übelst das lag oh die sind mit vier mann botte im alter das nervt übelst richtig krass ey ich geh mir grad nur ganz dezent auf den eimer hier ey weil der bot turm ist minuten 8 ist der bot turm eingepusht oder was ne ist klar leute erzähl mir doch mal einen neuen witz ey fucking shit echt ist halt echt krass oder die uns einfach minuten 8 hier den kompletten turm weg ziehen ey ja aber der jori kommt gegen den sin gut klar da hab ich schon gerade gesehen aber umso ärgerlicher wird mein fehler am anfang ja jetzt sie hat er sie hat er sie hat er sie hat er für nächste mal nicht so machen und so gut ist boah das ist natürlich scheiße jetzt sind wir ja so weit draußen ey eben zum dragon warden mhm es ist aber halt schon so dass ich das schon wieder so machen würde weil theoretisch war schon das richtige ich hätte es halt nur naja ja das war halt im tomb getankt ganz bisschen anders teilen müssen ja ich war halt noch nicht level 2 ne ich konnte halt nichts machen wenn ich level 2 gewesen wäre wäre ich halt reingeblinkt aber ohne level 2 geht das halt nicht ich hab ulti und alles ready ne ich hab auch ignite und so weit ok ok ja ich weiß aber nicht 6 is one schon erledigt ja ja die macht aber einfach einen schaden und jetzt go ja schade drauf ist auch ulti in your face wo läufst du hin ja ich bin ein bisschen zurückgegangen kurz schiss dass da noch irgendeiner kommt ey jetzt haben wir die chance die dumme luxe auch noch abzuweisen ja ich hab noch ignite ne ich hab mich auch hier ich hab mich auch hier du treffen ja lass sie einfach stunnen und dann wegziehen ey oder ja wirklich ohne minions gut ja ich pop mich aber nicht hier glaub ich ne nidalee kommt auch nidalee kommt ja auf geht ach die haben getauscht jorik und so ok hauptsache wenn du mal kennen kommst gegen den oben klar ey nicht dass er jetzt oben fiedet ey da ist nidalee immer noch nidalee ist immer noch nidalee ist immer noch nidalee die kann man töten wenn die kommt hätt die kein flash gejuset wär die gestorben definitiv und hätte ich mana gehabt dann sowieso ich hatte nämlich meine ulti ready aber naja ich werd mir jetzt erstmal ich will mir eigentlich blutwester kaufen aber ja ja naja die luchs hat 800 live man weiß wie schnell die tod ist der ulti macht die mit ihren 30 magiere sie blockt die nicht viel von dem mensch ist auch eben geworden gehen das sind allein ich sollte vielleicht nicht so viel man an die scheiß minions für wästen eine pink ward oder was dann die da unten hat die gestellte tun ach so die gehen hier die gehen zum drake ja das auch hin dabei alter ist alle haben sie wieder hundertmal flash radio und also ein dreck typisch naja chill die war ich echt hier ist auch so ein held finde ich den kannst du immer spielen echt der ist auch einfach nur gut immer kann ich kenne ich auch nicht wie kennst du nicht ja ich weiß dass er was mit wohnen am start und so hat aber am besten am start wenn ich nicht so weiß wie sie funktionieren was sie machen vielleicht auch eine treffe sind immer noch zu viert ihr seid immer noch allein ich mache ja auch nicht weil das sieht so aus ob ihr da ziemlich nah ran geht an die stadt ihr da wo macht kaitlin geht auf jeden fall glaube ich auf infinity edge first direkt oder alter ja danke jörg stand auch noch davor naja dann würde ich dann nicht mal mit dem mann mehr. Wir sollten da nicht nichts machen. Ja, ich werde auch, glaube ich, back gehen. Ach, Mann, ey. Das bringt hier gar nichts, was wir hier machen, glaube ich. Mhm. Das ist extrem nutzlos, irgendwie. Ich gehe auch back. Macht keinen Sinn. Aber der Jorik baut auf jeden Fall schon richtige Items. Ich denke mal, der geht auch gleich auf Frozen Heart, sondern das hat auf jeden Fall schon ganz cool. Der Xin, wie viel Farm hat denn der? Oh, der hat auch schon viel. Die Catelyn hat auch viel mehr als ich, aber ich habe 3-0. Okay. Also bis jetzt ist alles okay. Oh, der Top, ey. Ist nur die Kate ist auch unten. Die Kate hat Red Buff. Ist vielleicht nicht so ganz so cool für mich. Sollte vielleicht auch nicht so weit vorne gehen, ey. Die Luxus-Mitte, okay. Dann habe ich ja nicht viel zu befürchten. Hab ich der Jorik Blue oder was? Oh, jo. So. Was halt auch gut wäre, finde ich, wenn angezeigt werden würde in so kleinen in so kleinen Icons halt, dass der Blue gemacht wurde oder wer den Blue bekommen hat, wer den Red bekommen hat, weißt du? Aus dem Team. Dass man halt immer so sieht als Übersicht, quasi. Ja. Können jetzt hier auch mal Bot durchpushen. Wenn du willst. Ich will erst warnen. Okay. Und nur zerstören. Dann ziehe ich vielleicht die Aufmerksamkeit von Udi oder Nidalee auf mich. Da ist Nidalee schon hinter mir. Ja. Geht auch nur auf live, ey, die Nidalee. Erstmal. Wenig AP, viel live, ey. Lass mal dem Udi, äh, Jorik helfen. Haben die einen Ward hier? Nee, ne? Und Jack ist eine Pink Ward, siehst du doch. Ja, ich meine die. Ja, ich habe eine Pink Ward. Ja. Sollen die denn eine Ward haben? Ja. Kann ja sein, dass die woanders eine Ward haben. Das sehe ich ja nicht. Jetzt hocken wir hier wieder mit vier Mann wieder in der Mitte, ey. Ja, auf ein Udi zu gehen ist vielleicht nicht ganz so schlau. Sinn kommt. war schon ordentlich der mensch letzter drin alter mann das niederliebsperren echt zieht mir aber auch rein echt 100 apm zieht mir fast aus mili range 400 live ist echt unglaublich dieser held ich werde wieder auf den handschuh bauen ich glaube sowieso wenn er wenn ich krass gefeatet werde und der juli gibt mir einmal ulti dann machen die sowieso nichts mehr gegen mich oder macht auch meine copy einfach mal übelst viel schaden müssen nur auf die kate aufpassen dass die nicht zu krass gefahren wird die lux könnten wir abweisen wenn ihr jetzt nicht mit geht audios hinter uns ja ich sehe das schon die wissen wir nicht dass wir hier sind lass mal die lux abreißen ok gut dass das einfach so geht hätte ich jetzt nicht gedacht dass die so schnell weg stirbt so schön oben wieder die kettin ist in der mitte darfst du mir nur mal helfen ich bin kurz in der mitte am decken die taue sind nicht weg oh der kommt kettin kommt auch gedacht ich gut ist auch noch hier sehr schön die haben wir schön abgefangen schön mit allem an dahin gegangen direkt hier go gut so auf kardine ich dachte da stirbst sehr schön wieder einen kill gekriegt Vielleicht glaub ich gar keines siehst Keine Ahnung Ich wär's nicht Die wollen unseren Blue machen Scheiße Wieder ruhig hin Die machen Drake Back, Cannon Mann, du lecker Echt, leck mich doch am Arsch, Mann Dumme Scheiß Niederlänge, ey Ich muss back Und so wenig live und mana Kann ich da nix reißen, ey Kannst du auch mal entschieden Oh, der hat auch schon ziemlich viel live, ey Haben die Drake im Schaft ja, ne? Ja, leider schön Das ist natürlich scheiße Ich geh bottom Ich muss auch bottom noch den Turm pushen, ey Ist auch noch nix durch Ich bin nicht da, ne? Aber dann seid ihr komplett alleine Jawohl Und dann, hab ich ein Speer getroffen? Der Golem hat mich angegriffen einfach Also Ist natürlich mies Ich geh in der Mitte Na, ich pushboard durch Leck Wir in der Mitte Alter, Schwede, Mann Catelyn macht ein Damage Catelyn ist nicht mehr da, ja Ja, die macht auch ein Damage, Alter Echt nicht schön Ich muss irgendwo farmen, Mann Die Catelyn ist mir um einiges voraus, ey Ist nicht cool Ist gar nicht cool Ah, spielen gut als Team eigentlich Jorik spielt sehr gut Cannon spielt auch gut Ist eigentlich alles okay Na, Jorik will den Turm pushen Die Cannon ist grad bei mir Durch die Wand gelaufen Cannon ist auch noch da, ne? Ja, ich muss einfach kurz Fünf Mitte, Alter Nidale hat viel live, ne? Das ist das Problem Da bin ich egal Tu bin Ja, ich gehe Ja, du Ja, du Ja, ich gehe Musst du nur aufpassen, dass ich nicht gecatcht werde, ey. Der Lux macht nicht viel damage. Naja, wir gehen jetzt back. Fehlt nicht mehr viel, dann habe ich meinen Handschuh. Für Minute 27 ist das trotzdem nicht gut, ey. Ich soll ein Megafarm hier, ey. Ja, und ich komme nicht zu meinen Items. Ah, leck mich. Das war knapp, ey. Du kommst nicht zu deinen Items? Nee. Nichts, genau. Hast aber doch schon ein paar, oder nicht? Oh, top, bitte. Oh, den würde ich nicht hinterher gehen, Mondo. Da würde ich mich ganz schnell vom Acker machen. Mann, diese scheiß Catelyn-Rotze. Oh, ist du nicht in die scheiß Falle gelassen, oder was? Ja, natürlich, natürlich machst du mich so schnell tot, Catelyn. Und die Nidalee, weißt du, die gibt mir einen 430er Spermann, Alter. Dieser Held, ey. Echt. Ich hasse den, wie die Pest. Die wird dich killen. Du kriegst die nicht, Cati. Du kannst sie nicht einfach so töten. Kill dich aber. Ja, geht aber nicht. Ich weck es ab, oder? Boah, wie die mich gezogen hat, Alter. Die dumme Dings. Auch die Falle von der Catelyn hat mit 200 Schaden gemacht, ey. Die hat auf jeden Fall nicht das Netz hochgeskillt, ey, sondern die Falle danach, ey. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die beiden, ey, das ist klar. Ohne die beiden Tanks sieht das sehr mauer aus, wie, ey. Und die Nidalee hat gerade für mich 500 Gold gekriegt, ne. Ziemlich kacke. Odia und Xen haben beide einen Warmox, Alter. Oh Mann. Aber das werde ich mir jetzt auch kaufen. Erstmal hole ich mir Red Buff. Ah. Wer ist denn da gestorben? Mann, sag mich, die Catelyn hat einen DC, ey. Catelyn ist gestorben. Ja, manche erkennen. Ja. Oh Mann, ey. Ah Mann, ey. Die pushen instant einfach die ganzen Lanes ein, Alter. Mann, ist das behindert, echt. Das ist so nervig, Alter. Echt, die Türme in LOL, Mann. Die sind wie Pappe. Kannst die einfach mit einem AD-Held, kannst du die einfach innerhalb von zwei Sekunden zerlegen. Ja, super geil, ey. Echt. Super geil. Ja, nie, da geht so ja nicht. Oder die Fälle macht aber auch echt krass sein Damage. Der Jori kriegt da übelst auf den Sack, Mann. Was machen wir denn hier gerade mit dem Game? Was machen wir denn? Echt. Irgendwie machen wir hier nur Scheiß. Echt, wir geben das ganze Spiel wieder außer Hand. Indem wir nur Scheiße verzapfen. Ja. Genau, Caitlyn. Ja, genau, Caitlyn. Ist okay. Ach, leck mich doch am Arsch echt. Nidalee ist einfach nur so lächerlich, ey. Töne mal den Item-Bild von dem Xin an. Der hat sich nur live gebaut und einen Brutalizer. Ich muss mir hier noch einen Tower einfach so weg. Ach, das ist so peinlich, Mann, echt. Dieser Item-Bild, ne, der sollte echt verboten werden. Du brauchst einfach nur live, Mann. Du brauchst gar nichts anderes haben in mir in diesem Spiel. Du brauchst einfach nur noch Warmox, Alter. Echt? Zu was für einem Spiel ist dieses Game verkommen seit dem letzten Patch, ey. Du brauchst einfach nur noch Warmox und dann gehst du steil. Ja, das ist echt so peinlich, ey. Boah, macht der ein Damage, der Jorik, Alter. Sehr schön. Ja, sehr schön, der Jorik. Sehr schön, ey. Komm, Nashor jetzt. Wir haben drei Leute gekillt, oder? Wir können Nash machen, einfach so. Schon heftig, ne, Dexin, ey. Macht zwar auch nicht Todesdamage jetzt, ey, aber zum Türme-Pushen und so reicht das alles, was der da baut, ey. Ja, Kathi, wir müssen der kurz helfen. Der Item-Bild ist so behindert, echt. Boah, da krieg ich übelst einen Anfall, wenn ich das sehe, echt. Ja, ich kann die wirklich nicht helfen. Vor allem, hast du gesehen, wie der die Cannon einfach zerruppt hat, äh, den Cannon. Hammer, oder? Der hat einfach nur Warmox und einen Brute-Leiser-Mann. Und der hat einfach mit Cannon, hat die übelst zerstört. Natürlich, natürlich renne ich in den Laser rein. Mann, fick dich. Mann, ey, das krieg ich doch einen Anfall bei sowas. Wieso renne ich denn in diesen beschissenen Laser rein? Das gibt's doch gar nicht, Mann. Boah, echt. Meine Güte, ey. Das kann echt nicht wahr sein, Alter. Oh, Mann, ey. Ja, der Jorik ist echt ein bisschen zu viel alleine, Alter. Der hat kein bisschen beim Nasher geholfen, ey. Und jetzt macht er auch nur noch Solo-Actions hier, ey. Gar nicht cool, ey. Bau jetzt keinen Warmox mehr, ey. Sehr schön, Kati. Ah. Weil lustig ist, hätte ich mich von dem Lux-Laser nicht treffen lassen, hat er hier Niederlein noch gezogen. Das ist echt ärgerlich. Da kommt ne Ulti von mir. Hm, okay, trifft nicht. Sehr schön. Oh Mann, ey. Oh, der Item-Build von Xen ist echt der Hammer, ey. Ja, Drake ist auch weg. Wir müssen auf jeden Fall pushen, ey. Na, die kommen jetzt hierhin. Drake ist free, ne? Na, Drake ist weg. Ach, Mann, ey. Wie schnell die den Drake gemacht haben, Alter. Ohne die Caitlyn, ne? Echt übelst, krass, Mann. Karik, du bist auch gleich dran. Du musst porten. Und sonst kommst du nicht mehr weg. Hier, da. Ist weggekommen? Oh Gott. Oh Mann, ey. Dieses Match, ey. Das ist echt übelst, extremst schwer. Kein Red-Buff, da. Ja, Udi hat denselben Item-Build, ey. Auch nur Live-Items, Mann. Ey, das ist echt so behindert, ey. Ach so. Hast du gar nicht gesehen, wie ich weggekommen bin? Mich gar nicht gehört gerade? Du, man hört dich schon ewig nicht mehr. Ja, die standen ja, ich war gemütet wegen da so ein bisschen. Caitlyn und Nina, die standen neben mir quasi. Aber haben ihre Space und Bush falsch gemacht. Ja, die standen ja, die standen ja, die standen ja. Ja, ist okay, ist okay, Mann. Ping doch noch hundertmal. Boah, echt. Du kannst gegen diese Warmox-Item-Builds, kannst du nichts ausrichten, echt. Die zerprügeln dich einfach mit einem Brutalizer, weißt du. Haben fünf Millionen Live. Aber einfach nur ein AD-Item. Aber es reicht aus, um dir einfach deinen Live-Runner zu prügeln, ey. Ey, ich sag, das ist einfach nur der Hammer, ey. Ach, ich lade auch noch rein, ey. Nur ein Noob, ey. Ach. Guck mal, die kennen, Alter. Die Nieder-Watt die-Watt die-Watt die Caitlin für einen Schaden macht, Alter. Aber das ist echt extrem säftig, Mann. Neul, was hatten die Cannon jetzt gemacht? Warum hat der sich da abreißen lassen? Oh, Mann, ey. Ja, ist nicht so einfach, die Sperre zu blocken, ey. Ich hab jetzt mein Infinity-Edge. Top ist der Xen, der pusht oben durch. Oh, Mann, ey. Diese Scheiße, ey. Man hört dich übrigens wieder nicht, falls du was sagst. Ey, die Caitlin hat 340 Farmen, Mann. Ich weiß nicht, woher die so viel Farmen nimmt. Was macht die denn die ganze Zeit? Ist sie nur am Farmen, oder was? Scheinbar schon, und ich bin gar nicht gemütet. Nicht, ja. Ich hab ja nur gesagt, falls du gerade was sagst, hört man dich nicht. Vergiss das ja gern mal. Ja, ich hab auch gerade versucht, mich zu entmuten, aber ich hab gestellte, ich bin gar nicht gemütet. Wer ist da? Cannon hat aber auch echt wenig AP, Alter. Also für Minute 40 ist das echt extrem wenig, ey. Wer ist da? Die machen unsere Base kaputt. Ja, okay. Ja. Ja, entweder machen wir jetzt Balls die Barrel, oder... Weil die Lux hat auch 300 AP, oder was? Wir drin! Ne, doch nicht. Kann schon sagen. Der Jorik ist schon wieder nicht bei uns. Oh Mann, ey. Wollt mal nicht weiter. Ne, weg! Jetzt kommt der Jorik rein. Ich kann jetzt nicht hier was machen, Alter. Boah, wie low die Katelyn ist. Ja, die hat aber ein GA. Boah, Alter, Mann, ey. Die fallen, ey. Die ziehen mich ja schon weg. Och Mann! Ich latsch auch in jeden Scheiß rein, Mann. Ich hoffe, du lässt dich jetzt nicht von der Katelyn töten. Doch, tue ich. Ja. Siehst du doch. Ähm, Niederlehmach, ich weg. Ja, ich dachte, sie wäre nach unten weggelaufen, aber ist sie halt nicht. Sie hat sich hinterher versteckt. Ey, wollt ihr mich ernsthaft verarschen, Mann, ihr Affen? Jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Ey, ihr kommt mir doch nicht in die Base hinterher geflasht, ey. Na, also, stirb. Einfach nur stirb. Boah, echt, wie viel Schaden ich einfach kassiere von denen, ey. Das ist so heftig, Mann. Oh. Na, ich muss auf Live bauen jetzt. Ich baue mir jetzt einen Warmer. Das ist mir scheißegal. Anders komme ich hier nicht mehr weit. Ich habe einfach, Damage habe ich genug, nur mir fehlt einfach. Mir fehlt einfach Live. 300 Artie habe ich, mehr brauche ich nicht. Wollen wir Nash machen? Oder wollen wir lassen? Macht einen Cannon da wieder. Noch ein Loch tot. Ich dachte, der Cannon da irgendeinen Scheiß macht da. Na, geht schon wieder los. Ich habe keine Wurz. Der Flash war nicht so wirklich wohnenswert. Hallo? Ja, hallo. Boah, lol, Alter. Was war das denn? Mega leck, ey. Ich mache jetzt eben den Red. Tja, oh ja. Ja, Mann. Warum geben... Ich verstehe das immer nicht. Ey, wir haben immer einen von denen tot und dann geben wir back. Ja, ich weiß das auch nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, ey. Ich weiß nicht. Unser Jorik, der ist zwar immer viel auf irgendwelchen Lanes, aber irgendwie nie bei uns. Also die Niederlea, was die für einen Schaden mit 300 AP oder was hat die gemacht? Oh, ne, die hat inzwischen, glaube ich, schon 500. Wenn ich mir der ihr Itembild angucke. Dann einfach mal Eier haben und reingehen. Oh, lol. Boah, die Cannon ist aber auch, Alter, oder? Die bewegt sich hier mit ihrem Hyperspeed durch uns alle durch, ey. War auch sehr knapp hier, überhaupt. Da wird das noch ablocken können, die Ulti da, ey. Becker. Ich bin. Ach, Mann, ey. Oh, jetzt krieg ich rein. Oder? Ach, Mann. Lass uns halt auch totpoken, Mann. Das ist so ätzend. Sehr schön, sehr schön. Good job. Best Teamfight ever. Boah, naja, auf keinsten. Können hat vielleicht sogar finishen mit ein bisschen Glück. 40 Sekunden. Vielleicht können wir auch lieber zwei Lanes durchpushen, oder? Ja, lieber zwei Lanes pushen. Ja, schon. Back. Definitiv. Na, wenn ich backgehe, machen die Baron. Ist das ein Ward, Carty? Okay. Petlin ist tot. Okay. Back, bitte. Bitte. Alter, ich brauch Gold, ey. Äh, Items, Mann. Ich hab 4K Gold. Ah, fuck, ey. Cati, bist du noch da, oder? Was ist wieder los mit dir? Ja, ich bin noch da. Aber so wenig du sagst. Ja, manchmal kann ich mich nicht entblüten, wenn ich halt nur in der Nase pizzen muss und so. Okay. Gut, äh, ich brauch ja TechSpeak, glaub ich, ja. Ich werde TechSpeak holen. Phantom Lanes auch ein gutes. Tschüss. Tschüss. Ein Geschwister ist zurück im Spiel. Man kann nur hoffen, dass keiner nicht mal in einem richtig wichtigen Fight mal ein DC kriegt, ne? Das wäre ziemlich ätzend. Boah, 50 Minuten, alter. Oh, Mann, ey. Ey, eben im Baron-Fight war das ja auch nicht so optimal, dass er da gestorben ist. Da hat er ja bis zu. Ne, der war auch wieder DC, ja. Ja. So ungefähr. Also, ich muss jetzt Baron-Morgen gehen. Jetzt können wir pushen, ey. Jetzt ist die Niederle nicht da. Jetzt können wir die auf jeden Fall fertig machen. Niederle ist, äh, Kenne ist aber auch nicht da. Kenne, ja. Oh, die haben auch einen Inheb von uns freigelegt. Oh, okay, haben sie jetzt. Ja, die Caitlyn hat eins, ja. No. Sind sie da wieder zu fünft? Ja, wir sollten auf jeden Fall Bot pushen, ey. Warum will der Jorik denn immer, dass die da hingeht? Wir sind jeden Teamfight zu viert, weil der Jorik irgendeine Scheiße plant, alter. Echt. Mann, anstatt wir die Scheiße einfach hier durchfinishen, Mann. Wir haben oben Super-Vasalen. Als ob diese verkackten Minions da den Ding Super-Vasalen wegpushen. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. So, echt nicht normal, soweit, ey. Ja, mich kriegst du jetzt auch nicht mehr tot. Ja, also. GG. Endlich, ey. Oh, mein Gott, ey. Aber ist krass, oder? Wie man mit so einem Item-Bild, den der XIN gebaut hat am Anfang, ne? Hier einfach Warmox und Sunfire Cape, ey. Das finde ich so kackendreist, ey. Dass man mit so einem Item-Bild so weit kommt. So, das wäre früher nicht gegangen, ey. 53 Minuten, Kati, ey. Und dabei haben wir nicht mal großartige Scheiße gemacht. Also, wir beide sind nur zwei- und dreimal gestorben. Einmal habe ich Scheiße gemacht. Ja, vor allem, wir stehen 42-19, alter. Wir haben trotzdem noch solche Probleme gehabt. So, ja, gut. Das war es mal wieder für heute mit LOL. Wir hoffen, euch hat es gefallen und sagen, bis zum nächsten Mal.